auf jeden fall auf jeden fall schauen wir was im koran zum rassismus steht und ich habe schon gesagt eigentlich das ist rassismus etwas was sich eher in der neuzeit entwickelt hat auch insbesondere durch die theorie von david aber was wichtig ist im koran schon vor 1400 jahren wird über dieses thema gesprochen weil gott natürlich wusste was in der zukunft auch passieren wird und hier finden wir eine zuge 35 vers 22 dass der allmächtige gott dort sagt das heißt und von seinen zeichen das heißt von den zeichen von gott von seiner schöpfung ist es das erschöpfe von himmel und erde und der unterschied in eurer sprache und der unterschied in euren sprachen das heißt gott sagt ihr dass der unterschied im aussehen ist eine schöpfung von ihm und damit ist das etwas gutes etwas von gott gewolltes und deswegen wenn jemand sagt wir sollen leute diskriminieren wegen ihrem aussehen weil sie schwarz weiß grün gelb oder blau sind dann ist das etwas was der islam als eine demonstration gegen die schöpfung gottes ansieht das ist islam dann sagt allah in summe 49 vers 13 das bedeutet oh ihr menschen das heißt gott spricht alle menschen an weil das ein wichtiges thema ist weil das wichtig ist für den frieden unter den menschen er sagt dort ja er ist es der euch aus einem männlichen und einem weiblichen wesen erschaffen hat ja und er hat euch zu stemmen und völkern gemacht auf dass ihr was euch gegenseitig bekämpft auf dass ihr euch gegenseitig kennenlernen die taara froh und dann sagt er wer der beste ist der beste pakistaner der beste von euch ist der gottesfürchtigste der die besten taten macht und der profet sagt an einer anderen stelle wer der beste ist von dem gottesfürchtigen der der am nützlichsten für die menschen ist das heißt wir als musrieren müssen auch in diesem land versuchen nützlich sein für nützlich zu sein für die anderen menschen und deswegen sage ich zu jedem hier brüder und schwestern ich habe mir vor kurzem mal paar videos von rechtsradikalen angeguckt in youtube ich habe mir videos von rechtsradikalen angeguckt in youtube und ich habe dort gesehen dass sehr viele von denen die dort ihre meinungen abgegeben haben die dort in diesem rechtsradikalen such gefallen sind sagen dass sie dort reingekommen sind weil die muslime oder die ausländer sie so schlecht behandelt haben deswegen wir als muslime wir müssen jeden menschen gut behandeln und damit meine ich jeden menschen der prophet a.s.w. hat gesagt sei gut zu dem der schlecht zu dir ist und der prophet a.s.w. sagte die freundlichkeit ist in keiner sache außer dass sie sie schön macht und die freundlichkeit wird aus keiner sache hinausgenommen außer dass sie sie hässlich macht und zu diesem fanatismus zu diesem nationalismus sagte er das heißt das ist das stinkt der rassismus stinkt dieser nationalismus stinkt dieser fanatismus stinkt das sind nicht meine Worte das sind die Worte vom Propheten Mohammed Fried und Segen mit ihm und deswegen gebe ich jedem den Tipp wer heute hier steht beurteilt mich nicht nach dem was ihr im Fernsehen gesehen habt ach ihr wisst was mich wundert ist ich sehe Videos von Rechtsradikalen oder anderer Gruppen die sagen in ihren Videos die sagen in ihren Videos dass sie die Kirche sind die Kirchen Leute, wir reden gerade darüber, man soll die Menschen gut behandeln, man soll sie für den Rassismus fernhalten. Aber das wollen die nicht hören, was wollen die hören? Was wollen die hören? Was wollen die hören? Freuen die sich, wenn ich sage, ja, geht auf die Menschen los, das sind die hier. Das sind die hier. Subhanallah. Aber Leute, ich bin es gewohnt, wenn du auf der Wahrheit bist, musst du es gewohnt sein, ausgefütztet zu werden. Da musst du es gewohnt sein, ausgefützt zu werden. Aber das wird uns nicht aufhalten. Und ich habe euch gefragt, ich habe euch gesagt, ich werde hier heute hinkommen. Und da kann mich keiner mehr aufhalten. Und ich bin hier, um diese Botschaft nach vorne zu bringen. Und es ist mir egal, ob sich die ganze Welt gegen uns versammelt. Denn wir haben jemanden, der auf unserer Seite ist. Allah. Das ist die Botschaft. Und der Prophet Al-Israel hat gesagt, dass dieser Fanatismus, dass dieser Rassismus ein Zeichen der Jahidiyah ist. Und der Prophet selber hat ein Kind angenommen, das schwarz gewesen ist, das von einer anderen Rasse war, um zu zeigen, dass diese Botschaft gegen Rassismus ist. Dass diese Botschaft nichts mit Rassismus zu tun hat. Das sind meine Worte zu meinem Vortrag, der tocht zwar, weil ich könnte noch viele andere Themen besprechen. Ich will euch nur eins sagen. Für diejenigen, die kritisch sind, ist egal, ob das Antifa ist, von mir als NPD ist. Eine grüne Politiker hat gesagt, wir reden nicht mit Fundamentalisten. Wir, was uns angeht, wir reden mit allen Fundamentalisten. Rechts, links, grün, oben, unten, geradeaus. Alles kein Problem. Wir sind überzeugt von unserer Sache. Und wir haben nichts zu verstecken, weil wir sagen, was wir denken, und weil wir tun, was wir sagen. Und wenn einer irgendwelche Bedenken an uns hat, wenn einer irgendwelche Bedenken hat, er kann gerne zu uns kommen. Er kann sich gerne mit uns in Kontakt setzen. Und wir werden das dann in Schaul erklären. Und wir werden das dann in Schaul.